Geht's zurück an die Front? Jawohl. Wenn sich alle K.U. erklären lassen, dann werden wir den Krieg nicht mehr gewinnen. Das ist wahr. Sehr wahr. Keine Frau, die auf Sie wartet? Nein, leider nicht. Danke. Ich bin erst 21, aber schon seit drei Jahren im Dienst. Wissen Sie was? Essen Sie, was Sie wollen. Geht alles auf mich. Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber das ist nicht... Ich bitte Sie, junger Mann. Sie stellen sich dem Kugelhagel entgegen.